Musik Ich bin ehrenamtlich als Sanitäter beim Deutschen Roten Kreuz, weil es Spaß macht, weil es interessant ist, weil man mit netten Leuten zusammenarbeitet. Ich habe hier vor über zehn Jahren mit dem Zivildienst angefangen, im Rettungsdienst, habe da auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und seitdem bin ich einfach dabei geblieben. Außerdem ist es natürlich interessant, medizinisch interessant und es ist natürlich auch eine gute Sache. Musik Ehrenamt aus Liebe zum Menschen Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Göppingen Musik 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 Musik